sind nicht trocken und langweilig im gegenteil spannender geht's nicht diese tests werden dein leben auf den kopf stellen versprochen das besondere an diesen universumstests ist nämlich dass erstens jeder mitmachen kann zweitens sie die magie des universums mitten in deinen alltag bringen und drittens sie unglaublich viel spaß und freude machen es ist sogar so je mehr spaß und gute laune du beim testen hast umso mehr wirst du entdecken und in dein leben ziehen das ist freude pur hast du dir schon einmal etwas vorgestellt und das ist dann wahr geworden und hat sich erfüllt ja bestimmt oder dann hast du deine manifestationskraft bereits genutzt du hast manifestationskräfte jeder hat sie daher weiß ich sicher dass auch du sie besitzt also höchstwahrscheinlich hast du in der vergangenheit schon einmal bekanntschaft mit dieser kraft gemacht und bereits erste erfahrungen damit gesammelt falls nicht ist das aber auch kein problem wir üben das jetzt und ich verspreche dir nach unseren experimenten bist du ein profi ein manifestationsprofi und rundum glücklich bist du auch du bist dann also ein glücklicher manifestationsexperte eine glückliche manifestationsexpertin was hast du gerade gedacht du bist dir nicht sicher ob es damals als sich dein wunsch erfüllt hat eher zufall war du hast dir nämlich auch schon oft etwas gewünscht was sich nicht erfüllt hat und leider nicht wahr geworden ist das kann natürlich sein zumindest kannst du das gefühl haben aber wie sagt mein spiritueller lieblingslehrer guruchi der weise inder immer wünschen ist nicht manifestieren wünschen ist wünschen und manifestieren ist manifestieren wir sind hier nicht bei wünsch dir was sondern bei zeige mir das liebes universum das ist in der tat ein entscheidender unterschied wünschen ist kindlich wünschen macht zwar freude aber es ist in gewisser weise auch passiv wünschen verwandelt dich in ein kleines kind das sich vom weihnachtsmann ein geschenk wünscht vielleicht erfüllt dir der weihnachtsmann deinen wunsch vielleicht aber auch nicht kommt darauf an ob du brav warst bei unseren experimenten ist es ganz egal ob du brav warst du kannst sein wie du bist du musst dich nicht verstellen und du musst dich auch nicht anstrengen du kannst einfach du sein unsere tests sind außerdem leicht durchzuführen machen unglaublichen spaß und sind unfassbar wirkungsvoll ich kann dir gar nicht sagen wie viel freude dadurch in dein leben kommt freude und magie morgens beim aufstehen spüre ich schon die aufregung und die vorfreude auf den tag welche und wie viele wunder werden heute in mein leben treten und welche punkte von meiner liste wird das universum mir heute erfüllen stress anspannung druck alles vorbei freude spannung und magie haben übernommen das universum und ich wir sind die dicksten freunde ever und das wird dir auch passieren und zwar schneller als du es dir im moment noch vorstellen kannst bevor wir richtig starten hier ein kleiner glücklich machtest wir testen das universum du testest das universum dein erster auftrag ans universum das ist ein bedeutender moment sage dem universum folgendes hallo liebes universum ich bekomme eine positive überraschung innerhalb der nächsten 24 stunden danke und los geht's jetzt sei gespannt der spaß kann beginnen vieles gute in meinem leben habe ich manifestiert das weiß ich inzwischen das weniger gute wahrscheinlich auch darüber müsste ich nachdenken aber ich habe überhaupt keine lust mich länger mit weniger guten dingen zu beschäftigen und ich habe schon gar kein interesse daran in der vergangenheit rum zu wühlen lieber konzentriere ich mich auf das jetzt und auf die erfüllung meiner träume es hat etwas gedauert bis ich realisiert habe dass tatsächlich fast alles was ich mir wünsche irgendwann in erfüllung geht hey du bist ja eine kleine zauberin habe ich erfreut festgestellt als mir das klar wurde ich habe mich schon immer leidenschaftlich mit spirituellen themen befasst unzählige bücher darüber gelesen und ja selbst auch schon einige veröffentlicht ich weiß also schon länger bescheid über kosmische gesetze wie beispielsweise das gesetz der anziehung ich weiß schon länger darüber bescheid dass theoretisch jeder mensch in der lage ist bestimmte dinge und ereignisse in sein leben zu ziehen ich weiß dass man angeblich etwas beim universum bestellen kann ich weiß dass gute gedanken gute dinge anziehen ich weiß dass es jede menge dinge zwischen himmel und erde gibt die wir uns nicht einmal